Hedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Er geht zu hinten und denkt sich... Ich geh erstmal nur um die Ecke, weil ich hab ja Warleg an. Passt alles. AHH! HAHAHAHA! Hey, Kenners! Was gehen bei euch ab heute wieder? Cheater kaputt machen am Start hier. Review Evidence! Wir müssen uns jetzt direkt mal hier... Ja. Wir schauen uns jetzt hier die erdrückende Beweislast an. Ich hoffe doch, wir haben heute wirklich so einen richtig krassen Bock dabei. Okay, The Suspect. Da ist er ja schon, der alte... Aha, er wurde gekillt. Ich würd sagen, der ist schon mal kein Cheat. Also irgendwas, der so im Warm-up schon drückt. Möglicherweise hat er grad seine Cheats angeschaltet. Vielleicht ist er aber auch gerade einfach noch Scheißen gewesen oder so. Eben hat er schon zwei fette Kills gemacht. Er bleibt einfach wieder stehen. Wow, das war mal merkwürdig. Moment mal, wie hast du das... Das sah ja echt cool aus. Jetzt kommt man wieder runter, Leute Also, es ist auf One gestellt, genau, so Ich mach mich auch bereit, um diesem Dödel hier Auf jeden Fall die volle Slow-Mo zu geben Falls wir hier was vermuten Achtung, ein Viertel Er guckt schon, er aimt sich schon echt arg an Wow, Alter, wie er einfach geprefired hat Schon bei der Kiste hier Naja, ich mein, gut, er aimt man halt aber auch hin Wenn man, ähm, ne Aber das sieht ja schon echt stark nach, äh Guck mal, er schießt, warum macht er das? Will er, dass die Kugel so um die Ecke fliegt, oder was? Ah, er ist schon so ein bisschen gay, ne? Aha, was war denn das? Was war denn das für ein Strafe? Guck mal, jetzt schießt er nicht, weil er weiß, dass der andere nicht da ist Alter, du verschissener Wallhacker Er hat die ganze Zeit vorgeschossen, aber jetzt nicht Leute, Wallhack oder Wallhack? Achtung, wie er jetzt gleich vorschießt, pass auf Hopp! Okay! Alles klar, du One-Zone Ey, sowas von am rumcheaten, mir kann keiner was erzählen Von wegen, erste Runde, pass lieber mal auf Ich ruf meine Mutter Nee, das war ja schon ultra drastisch, was er gerade gemacht hat, oder? Kein Wunder, dass er dir erst Ich hab mich noch gewundert, komisch, dass man Guck mal, wie er stehen bleibt Er geht zu hinten und denkt sich Nee, warte mal, dann sehen sie mich ja Ich geh erstmal nur um die Ecke, weil ich hab ja Wallhack an Passt alles Guck mal, wie hat er das schon hin-aimt? 100 Milliarden Er hat schon hingeschossen Alter Er hat schon hingeschossen, wir brauchen uns das nicht mehr anzugucken, oder? Ich drücke jetzt auf die 4 Und bann ihn, wegen Naja, vielleicht hat er noch was anderes an Vielleicht hat er sich den Account gerippt Und ist deshalb halt so offensichtlich, weil er will, dass er gebannt wird Kann auch sein Also bannen wir nicht Nee, Quatsch Es ist wirklich der Ultra-Cheater des Jahrtausends Mach irgendwas, was er jetzt mit denen macht Ja, ja, ja Nee, vorsichtshalber nicht schießen Vorhin die ganze Zeit in die Ecke gepimmelt Aha Bam Ja Alles klar, ey Also vorhin war es 100 Milliarden Tausendprozentig offensichtlich, oder? Er guckt da runter zu City Killt den ein Und kann nie im Leben wissen Dass er da steht Und aimt genau auf seinen Kopf durch die Wand Und schießt drauf Er weiß auch, dass er da oben ist Er weiß es Pass auf Guck mal Guck mal Achtung Lüg mich nicht so an, du räudiger kleiner Hund Was ist das für ein abgefucktes Stück Scheiße Achtung Ah, mal da Und noch einer Hat er vielleicht auch einen Aamer? Ich kann es gerade nicht so genau sagen Ähm, wobei gut mit dem Wallhack Wenn man den halt gut nutzt Kann man dann natürlich die Headshots drücken, was fand ich? Okay, jetzt will ich aber mal sehen Was er mit der Mitzünder noch offensichtlicheren Waffe macht Ja, natürlich, Alter Wie einfach übelst Aber übertreiben ist Er will gebannt werden Zu eine Trilliarde Prozent Will er gebannt werden Es gibt niemanden, der hier bezweifelt Dass er irgendwie nicht an hat Achtung Bam, bam, bam Wo schießt er denn hin? Hat er noch so ein Auto Trigger Bums Wackelbord Die haben vorhin einen Timeout gemacht Damit sie ihn alle zu 80 Äh Achtung Ein Headshot Und dann wackelt er so Und dann schreit er so ganz ruhig Das ist direkt Endlich mal einen richtigen Cheater am Start Freut mich Freut mich sehr Die letzten paar waren es War immer so 50-50 Und viele von euch haben gesagt Bist du blind, der cheater Und die anderen haben gesagt Bist du blind, der cheater doch nicht Aber das Aber das Gut, der kid hätte jetzt sogar fast noch normal sein können Das geht manchmal, ne? Aber Krass Krass, wie er hier einfach reincheatet Wie so ein verrücktes Warzenschwein Bam, er schießt schon durch das Ding durch Aim auch noch Aim kriegt er auch noch rein Meine Haare sind gerade nicht so, wie ich das möchte Also ich hab's eigentlich gerne anders wie jetzt Aber anders ist halt doch meistens nicht so, wie es jetzt ist Er steht da und denkt sich Jawohl, Alter, ich drück jetzt erstmal ein paar Heater Guck mal, die warten schon, weil sie Angst haben vor dem Cheater Wie reudig, oder? Wie reudig man sein muss, um so hart rein zu cheaten Das war bis jetzt der Guck mal, ich fliege an die Kugeln What? Könnt ihr mir mal erklären, was das für ein Cheat ist? Wie man das nennt? Vielleicht irgendwie, dass die Kugeln einfach so auf den Kopf fliegen Kannst nicht nachvollziehen Achtung Bam, Headshot Ich war fast enttäuscht gewesen, wenn das nicht zwei Headshots gewesen wären Guck dich die Uhr so an, Alter Mensch, hey, geil Endlich mal so einen richtig krassen Cheater Ich freu mich schon für euch hier Dass ihr das dann demnächst sehen werdet Alter, Fabalda Leute, mein Gierfried ist gerade einkaufen Und ich dachte mir, komm Also ich hab sie einkaufen geschenkt Und jetzt Leg ich mal richtig fett los hier mit aufnehmen Alter Er ist halt auch echt ein guter Spieler Muss man ihm schon lassen Das ist doch total witzlos Wie kann man nur seine verschrumpelten Kleinkind-Klöten auch noch so zur Schau stellen? Ich versteh's nicht Ja, alles, Mann Aim Assistance, mein Freund Vision Assistance Ich krieg immer noch Other rein, weil er ein Hurensohn ist Und Griefing Er hat das ganze Team gegriefed, Mann Er hat das ganze Spiel um das Ding gebracht Aber eigentlich hat er auch gegriefed Er hat jedem das Spiel versaut Der Hund Other External Assistance Hat er 100% auch gehabt Irgendwas hat er gehabt Selbst wenn seine Oma nur neben ihm gestanden ist und gesagt hat Schieß, schieß Das war's auf jeden Fall Du kriegst ja noch ein verschissenes Griefing rein Du räudiges Stück Scheiß So, Leute Endlich haben wir jemanden wirklich Wirklich Zu Recht Zu vollem Recht Gewickt Morgen bekomme ich einen Brief von Gaben Übrigens, hey, das war mein Sohn, okay Der ist halt einfach gut Naja, geben halt die Fresse Bei Böck Comics Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal ualm